Heute geht es mit Lead for Speed Unbound. Wir machen heute weiter und zwar spielen wir ein bisschen am Auto oder mit dem Auto. So, der windige City Sprint, Konkurrenzkampf. Ja, ich würde gerne das Auto gewinnen, das sind aber 16.000 und da plus Auto hab ich. Warte mal, wo sind wir denn überhaupt jetzt gerade? Ja, wir müssen das E-Mail-Matz fahren, mehrere Dinge fahren, gleichzeitig. Also wir haben uns heute so viel Vespa probieren. Da wissen wir zumindest, wo wir stehen. Da probiere ich das nochmal, äh, manche reden nochmal. Hey Speedy, wie steht's? Bin auf dem Sprung. Wo warst du? Ich lag nicht in der Werkstatt gesehen. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Ähm, was für Türen? Es ist immer das gleiche gefühlt. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Oh, Entschuldigung. Auch kleine Firma. Also 43.000 müssen wir, 44.000 müssen wir haben, damit wir ein bisschen, damit wir zumindest unser Auto fährt, soweit. Klar, Schiff kriegen. Das ist jetzt eh erst mal die nächste Priorität, das Auto aufzubauen. Style it out, cha-cha. Äh, warte mal. Doch, können wir machen. Nicht genug Geld? Warum? Ach so, wir haben kein Geld. Naja, dann ist es halt. Dann schaut mal ein Event. Wird er überspringen? Passt zu was. 66.700 brauchen wir mal. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gefahren, das Ding. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal gefahren. Ich glaube, ziemlich am Beginn der Aufnahme ist ja ich nochmal das geschafft. Ja. Boah, ich stehe mir da direkt vorbei dran, oder was? Boah, ich stehe mir da direkt vorbei. Boah, ich stehe mir da. Oh, ich stehe mir da. Boah, ich stehe mir da. Bzwung... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme hier. Ich komme hier. Was war das denn jetzt? Ich komme hier. Ich komme hier. Ich komme hier. Ich komme hier. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben. 62.000. Ja, 4.000. Ich habe leider ein bisschen was verloren. Aber egal. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh Gott. 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 Oh. 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 Oh.